Denn, ihr müsst wissen, bei Super RTL gibt es eine neue Band. Wer kennt denn das Star-Tagebuch bei Super RTL? Du kennst das natürlich und dieses Jahr gibt es eine neue Band und ab Mai läuft das Star-Tagebuch. Das heißt, im Moment läuft das doch gar nicht, aber diese Band, die haben wir schon im Schlepptau, die haben wir mitgebracht und da suchen wir auch den Fan des Tages. Natürlich werden die jetzt sagen, ich kenne die denn noch gar nicht, ich habe da noch gar keine Ahnung, ob ich mal ein Fan bin, aber es geht ja auch um ein bisschen Karaoke singen. Und Karaoke singen macht ja auch Spaß. Und wer weiß, wenn ihr die Band dann nachher seht und eventuell mögt ihr die dann sogar. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Ich gehe sogar sehr davon aus. Also, wer möchte denn sich bewerben um den Fan des Tages? Wer möchte Karaoke singen? Auch gerne zusammen, ist auch zusammen möglich. Und ihr beide singen? Ja, und wer möchte noch singen? Noch eine Band? Na, na, wer möchte noch? Karaoke? Na komm, wer hat denn schon mal Karaoke gesungen? Ist doch gar nicht so. Na, nicht filmen, mitmachen, ja. Du wolltest nicht mitmachen, wahrscheinlich. Ja, du bist doch schon etwas zu alt. Aber ihr beide, kommt mal mit auf die Bühne.